Hey Leute, ich werde in den letzten Tagen immer wieder gefragt, ob es sich noch lohnt, POE 1 zu spielen. Denn die neue Liga steht vor der Tür, am Freitag geht's los, um 20 Uhr geht's in eine neue Liga mit ganz, ganz vielen Änderungen, Meta-Changes und vielen neuen Skills und und und, also sehr, sehr viel neu zu entdecken. Das sorgt natürlich für Hype, aber sorgt eben auch dafür, dass vielleicht entweder wiederkehrende Leute oder eben auch komplett neue Leute sich fragen, lohnt es sich noch, POE 1 zu spielen, wenn POE 2 nächstes Jahr im Sommer kommt? Und da möchte ich kurz darauf eingehen, da möchte ich kurz darauf antworten. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, um mit POE 1 zu starten. Aber eins steht fest, es wird immer oder zumindest in den nächsten Jahren weiterhin POE 1 und POE 2 bringen und viele Sachen in POE 2 sind aus POE 1. Das heißt, alles, was ihr in POE 1 lernt, habt ihr dann schon mal für POE 2 einfach gelernt. Und ich glaube, dass es sich auf jeden Fall lohnt, denn nicht nur ich als Creator, denn bevor ich hier irgendwie Content zu POE gemacht habe, war ich ja selber einfach nur begeisterter POE-Spieler, habe so, so viel Zeit mit diesem Spiel verbringen können und dürfen und ich spiele es immer noch so unfassbar gerne, so wie die meisten anderen POE-Spieler eben auch und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, wenn man zumindest davon sprechen möchte, ob Computerspiele sich lohnen oder nicht. Also das steht natürlich immer im Raum. Aber POE ist auf jeden Fall eins der Computerspiele, die sich am meisten lohnen in meinen Augen. Wenn man jetzt den Zeitpunkt aktuell betrachtet, dann kann man schon sagen, gerade ist wahrscheinlich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um dieses Spiel zu entdecken, weil viel Neues kommt und viel Neues bedeutet auch immer, dass viele Sachen ausprobiert und erklärt werden und dadurch entsteht natürlich so ein bisschen, ja, eine Situation, wo neue Spieler besser mitgenommen werden können. Wir kriegen nämlich super viele neue Skill-Gems und die komplette Meta wurde durchgewechselt. Wir haben neue Farming-Methoden, wir haben eine komplett neue Liga-Mechanik, die auch außergewöhnlich funktioniert und ich glaube, die ganzen Änderungen führen im Endeffekt dazu, dass es zum einen natürlich viel, viel für die Stammspieler, ja, sich ändert, aber eben auch, dass Mechaniken und insbesondere Skill-Arten einfach leichter zu verstehen sind für neue Spieler jetzt. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Also ist jetzt ein guter Zeitpunkt? Ja, wenn man in Betracht zieht, dass es eigentlich nie leicht ist, im POE einzusteigen, ist jetzt wahrscheinlich einer der besseren Startpunkte. Das muss man schon sagen. Um euch jetzt aber ein bisschen zu ködern, euch neuen Spieler, es gibt Leakstart-Drops. Das heißt, während der Leakstart ist, am Freitag, 20 Uhr unserer Zeit, geht das Ganze los, könnt ihr vier Stunden lang einem Streamer auf Twitch zugucken. Ich streame übrigens auch auf Twitch und ihr könnt diesen schönen Tiger hier bekommen, der euch begleitet und mit euch eure Reise antritt und eigentlich ziemlich nutzlos ist, aber immerhin cool aussieht. Das ist POE-typisch schon relativ ungewöhnlich, denn wir hatten, glaube ich, erst zweimal Leakstart-Drops und dann auch noch einen Pad. Das ist eigentlich schon recht ungewöhnlich und damit kriege ich euch doch schon mal bestimmt in die Path of Exile-Welt. Auf jeden Fall, wie gesagt, twitch.tv. Ich bin auf jeden Fall live, ihr kriegt bei mir die Drops, geht da einfach rein. Was aber viel wichtiger ist, ist natürlich das Inhaltliche. Wie fangt ihr denn jetzt am besten an? Da kann ich euch jetzt einfach nur sagen, ich verlinke euch meine 1x1-Playlist. Das ist eine Playlist, die ich gemacht habe vor ein paar Jahren, wo ich Videos reingehauen habe, die sehr, sehr wichtig sind, die Einsteiger immer wieder fragen. Da geht es von Grundlagen, wie funktioniert das Spiel überhaupt? Also so alle rundum einmal reingucken, was passiert da überhaupt und was ist wichtig? Wie funktioniert Ausrüstung? Wie funktionieren die Sockel? Wie funktioniert das Skilltree? Und und und. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Themen. Bis hin zu, ist POE Pay-to-Win? Wofür kann ich Geld ausgeben? Spoiler, POE ist nicht Pay-to-Win. Aber man wird irgendwann, wenn man sehr, sehr viel spielt, auch Geld investieren wollen, weil man Vorteile im Lagerungssystem und im Handel hat. Das dazu schon mal so, um diese Frage zu beantworten und nicht im Raum stehen zu lassen. Aber es gibt natürlich auch die Frage, wie finde ich denn überhaupt ein Bild? Denn POE ist kein Spiel, wo man einfach so mal blind reingeht. Und zumindest wird man dann sehr wahrscheinlich nicht so einfach das Endgame bzw. den echten Content von Barth of Exile sehen. Das ist so ein bisschen der Punkt. Deswegen meine Empfehlung. Wenn ihr nur so für euch daddeln wollt, geht einfach rein. Geht blind rein, skillt und macht, was ihr wollt. Aber für 90% der Spieler wird das nicht der richtige Weg sein, weil sie halt entsprechend das Endgame sehen wollen, die echte Farming Experience haben wollen. Geile Loot-Items haben wollen, ja, Power, richtige Power haben wollen in ihrem Charakter. Und das kriegt man normalerweise nur über einen, ja, über einen vernünftigen Leakstarter oder eben über sehr, sehr viel Erfahrung. Deswegen auf jeden Fall hier gibt es auch nochmal ein Video dazu, wo ich auch nochmal so ein paar Sachen erkläre, wo man Builds finden kann, wie man das machen kann, was es da für unterschiedliche Seiten gibt und so. Also auch nochmal ein Thema für sich. Aber hier gibt es auch ganz viele andere Sachen. Ein kompletter Run von allen Akten einmal durch, sodass man sich das mal reinziehen kann, wie das Ganze denn funktioniert. Dabei erkläre ich auch super viel. Also hier gibt es einige Videos, wie gesagt, Playlist findet ihr unten in der Beschreibung. Es gibt natürlich auch noch viele andere Creator im deutschsprachigen Raum, aber auch im englischsprachigen Raum, die sehr, sehr vielen guten Content haben, einzelne Sachen erklären. Dieses Spiel ist einfach gigantisch riesig. Es ist utopisch, als eine Person dieses ganze Wissen irgendwo zu bündeln. Deswegen guckt euch ein paar Sachen an, informiert euch da, lest ein paar Sachen. Es gibt gute Webseiten, es gibt ein Wiki. Also da, es gibt sehr, sehr viele Ressourcen. Wirklich. Ansonsten kann man euch aber trotzdem, was Leakstarter betrifft, weil das halt schon ein sehr sensibles Thema ist. Wie gesagt, guckt das Video aus der 1x1 Playlist, aber ihr könnt euch auch einfach mal nach Leakstarter Videos umsehen und mal gucken, was es da so gibt. Am besten solltet ihr darauf achten, dass das für die nächste Version ist. Die nächste Version, also die Liga, die am Freitag startet, ist die 3.23. Das hier sind also alte Videos. Auch die sind noch überwiegend alle, ja, möglich. Man kann das alles machen. Guckt euch das gerne mal an, um da so ein bisschen reinzukommen. Aber es ist nicht die aktuelle Spielversion. Also in 1, 2 Tagen, ein paar sind auch schon raus, wird es da auch viel, viel mehr geben an Empfehlungen und an Bills, die für die aktuelle kommende Liga gut sein werden. Und damit ihr nicht so ganz verloren seid, gebe ich euch einfach nochmal so einen kleinen Pro-Tip, der viele, viele Leute in meinem Umfeld, in meiner Community sehr, sehr schnell weitergebracht hat im PoE. Und das ist Community. Wir haben eine der größten deutschsprachigen Communities bei uns im Discord, in meinem Stream auf YouTube, um mich herum irgendwie so gesammelt inzwischen. Wir machen Leveling-Gruppen, wir haben viele, viele Leute, die ständig im Discord sind, Fragen beantworten, neuen Spielern sehr, sehr gerne helfen und da eben einfach mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und das ist auch unfassbar wichtig im PoE. Da kann man sich sehr schnell boosten. Also es kann wirklich dazu führen, dass man viel, viel schneller versteht, wie das Spiel funktioniert, wenn man einfach im Discord mit anderen Leuten sitzt und Fragen stellen kann, die schnell beantwortet werden können, anstatt dass man 20 Minuten Videos guckt, 10 Minuten Wiki liest oder keine Ahnung. Also solche Sachen lassen sich da oft recht schnell erklären und zeigen. Und um das noch ein bisschen weiter zu treiben, haben wir dieses Mal wieder Leveling-Gruppen. Das ist natürlich nicht nur für neue Spieler, aber insbesondere auch für neue Spieler sehr, sehr gut geeignet. Ob man jetzt mit, ja, Pros oder erfahrenen Spielern zusammenspielt oder eben auch alleine mit anderen Neulingen spielt, da hat man dann, glaube ich, schon eine ganz gute Möglichkeit, um neue, ja, Gaming-Kumpels zu finden oder sich vielleicht sogar in einer Gruppe mit anderen Leuten zusammenzutun, um da schnelleren Erfolg zu haben. Das Ganze funktioniert folgendermaßen, ihr tragt hier eure Sachen ein, also ihr geht hier in den Discord von mir, tragt hier euren Discord-Namen ein, am besten so, dass man euch dann auch finden kann, taggen kann und so, weil die Idee ist, dass das ein Matchmaking ist. Ihr tragt hier ein, wo ihr spielen wollt, ihr tragt hier ein, ob ihr, ja, quasi wie schnell ihr durch die Akte kommen wollt, ähm, also durch die Hauptstory, kleiner Hinweis, als neuer Spieler werdet ihr das hier auf gar keinen Fall schaffen, das hier eher schwierig, also wenn ihr komplett neu seid, solltet ihr euch eher so in diese Richtung, zumindest in dieser Richtung hier irgendwo bewegen. Ähm, diese vier bis sechs Stunden, da braucht man schon sehr, sehr viel Übung, um das zu schaffen. Also, das hier ist nicht nur, wie schnell wollt ihr sein, sondern auch, wie viel Erfahrung habt ihr. Dann tragt ihr oder könnt ihr hier eintragen, ähm, wie viel ihr gerne spielen wollt zum Liga-Start. Ihr könnt natürlich auch einfach generell, ähm, hier meinetwegen mehr als zwölf Stunden oder drei Stunden eintragen und dann als Hinweis eintragen, ja, ich, äh, spiele aber gerne auch Samstag, Sonntag, bla bla bla. Also, es gibt hier auch eine Bemerkung. Und dann habt ihr hier noch die, äh, Auswahl, ob ihr noch auf einer Gruppensuche seid oder nicht mehr. Das heißt, wenn ihr andere Leute gefunden habt und eine Gruppe, ja, bereit habt, dann, äh, könnt ihr das hier updaten, dann werdet ihr nicht mehr quasi von anderen Leuten angeschrieben. Dann sehen alle, okay, der ist versorgt. Wenn ihr das Formular dann ausgefüllt habt, kommt ihr auf diese Bestätigungsseite, da könnt ihr dann auf diesen Link hier klicken, der euch zu einer kleinen Tabelle führt, wo alle Antworten quasi, ja, aufgeführt werden. Und dann könnt ihr praktisch die Leute kontaktieren, die zu euch passen. Das heißt, ihr guckt euch an, wer spielt auf meiner Plattform, wer spielt, äh, zu meiner Geschwindigkeit, Erfahrung, in Anführungszeichen, und wer spielt in der gleichen Dauer, wie ich das so ungefähr vorhabe. Also ihr solltet euch jetzt nicht, wenn ihr drei Stunden spielen wollt, mit jemandem, der, äh, einen 24-Stunden-Play-Session daraus machen will, da solltet ihr dann vielleicht nicht unbedingt euch miteinander connecten. Aber ihr könnt natürlich trotzdem die Leute ansprechen. Dafür haben wir dann im Discord ein Gruppensuchen-Channel. Da könnt ihr die Leute einfach markieren oder ihr schreibt da einfach nochmal rein, dass ihr euren Eintrag gemacht habt und, äh, ja, Leute sucht. Und so könnt ihr euch dann entsprechend zusammenfinden. Es wird genug Channels geben für Voice-Chat im, äh, im Discord bei uns, wo ihr euch dann entsprechend in Grüppchen zusammentun könnt und einen richtig guten gemeinsamen Leak-Shot erleben könnt. Und zu guter Letzt, ihr seid jetzt hier zwar gerade auf meinem Hauptkanal, aber ich habe auch noch einen Uncut-Kanal. Und da lade ich alle Sessions von mir einzeln hoch. Also Leveling-Sachen, ich werde da auch alle Sachen zum Leak-Start immer hochladen, in voller Länge, ungeschnitten. Also, wenn ihr mal irgendwas nachgucken wollt, wie ich etwas gemacht habe bei einem Charakter oder eben auch beim Farming oder so, dann findet ihr das auf jeden Fall zukünftig an oder in meinem Uncut-Kanal. Link dazu findet ihr auch in der ersten Beschreibung. So wie im ersten Kommentar, da packe ich die ganzen relevanten Links auch nochmal rein. Und ja, ich würde sagen, fangt einfach an mit PoE. Ihr werdet es nicht bereuen, das verspreche ich euch. Ich freue mich auf viele neue Gesichter und danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns. Guten Loot. Ciao.